Angekommen in Rom. Ich glaube, da muss ich gar nichts sagen, wir kommen jetzt schon fast wieder wieder. Es war sehr emotional, als ich nicht gedacht hätte. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier in Rom vor dem Kolosseum und bin mega happy. Ich hätte nicht gedacht, dass es gerade so emotional ist. Aber jetzt noch ein paar Minuten Sacken lassen, habe ich mich ein bisschen beruhigen können. Jetzt gehe ich dann in den nächsten Kaffee, einen kleinen Cappuccino trinken und dann würde ich sagen, es geht wieder Richtung Swizzera. bis zum nächsten Malこれ auch! Die Kirche mpperräume deiner als freieWAI Reise.